so 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 ist ja noch okay dann kann der jetzt mal hier weg und der und der und der der kommt weg und der kommt weg und der kommt weg also wie gesagt mindestens zwei auch in der diagonalen gut dann können wir den hier weg machen den und den also muss der weg und der weg und der weg und der weg ok dann können wir hier theoretisch den dann noch weg machen und dann wäre das mit sechs einmal zugemacht mit sechs einmal zugemacht genau so dann können wir den dann nämlich auch zu machen zu 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 dann können wir hier dennoch wegnehmen und dann können wir den wieder mit sechs zu machen so so sechs zu machen zu machen ja und das ist jetzt hier halt die frage das hier jetzt eigentlich gerade überall die frage so wie gesagt das ist jetzt halt gerade überall die frage führt der spaß nicht dazu dass ich irgendwo ganz massiv ne den wollte ich zack und nochmal eins zwei so wird jetzt hier gerne mal sowas machen so wer wir können ja jetzt theoretischer wir laufen gerade hier rundum wir können jetzt theoretisch hier das spiel fortführen also ich meine das wird ja so weiter gehen also theoretisch kann man jetzt hier schon wieder sagen ich meine wer ist er jetzt im prinzip so also theoretisch kann man jetzt wirklich so sagen zack 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 und dann wird es da hinten weiter gehen dann könnte man immer weiter vertiefen das könnten wir jetzt theoretisch noch machen so aber das wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht so den wollte ich zulassen ich wollte eigentlich gerade eher sowas machen mit ähm wo kommen wir denn da hin apropos hier gibt es ja noch kohle die ich mitnehmen will ok boah hab ich mich gerade wieder erschreckt hey pfff meine fresse also ich bin da echt in der hinsicht bin ich echt schreckhaft und zack ok und da oben das können wir dann auch noch irgendwann mal machen so was ich jetzt hier ganz gerne machen würde wäre ich würde ganz gerne hier die treppen hinsetzen also dann gehen wir auf die sieben zack 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 und dann muss ich euch mal abhauen so dann machen wir die vier hier hin jetzt haben wir die zwei nochmal da weg da weg da weg da war auch noch was ok ok und dann können wir dich nämlich hier wieder voll machen vielleicht sogar schon wieder mit säule und dich zack zack äh genau so das wird ja später anders aber jetzt für den anfang ist es erstmal wichtig so genau also für den anfang muss es erstmal so sein wird es dann später irgendwie anders gestalten das sei ja jetzt mal drum äh egal hier geht es jetzt wirklich erstmal darum dass wir vorwärts kommen äh und dafür würde ich vielleicht hier schon wieder mal eine Fackel platzieren und dann würden wir da wieder weiter graben so zack 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 ok also die obere Kante die lasse ich jetzt gerade mal wenn es geht ein bisschen stehen einfach damit wir da nicht so unnötig in in eine Bredouille kommen im Sinne von ähm na das ist natürlich viel geschickter hier jetzt so so ausgezeichnet also im Sinne von ich kann da runter fallen das kann ich jetzt ja eben nicht so das heißt du gehst ein rein du gehst zwei rein genau dann können wir dich wieder hier weg machen wir können überlegen ob wir da hinten dann wenn wir diesen diesen Spaß hier umrundet haben dann können wir natürlich überlegen ob wir da nicht sagen wir bauen eine Brücke eins zwei drei eins zwei drei eins zwei eins zwei eins zwei da haben wir noch drei eins zwei so hier würde ich ganz gerne nochmal eine Fackel hin bauen zack 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 und hier nochmal und da nochmal da unten ist ja kein dingens das heißt das können wir so lassen ich brauche schon wieder steine so du 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 und von mir aus auch du so kann man den noch weg und den noch weg und dann geht hier noch einer rein da der bloom und der und der dann wissen wir hier schon wieder du 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 und du 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 Kann der schon wieder weg, der kann weg, der kann weg, der kann weg und der kann weg und der kann weg. So, der kann weg und der kann weg. Dann können die beiden schon wieder weg. Ach ja, der und der auch. Es wird wieder Zeit für eine Fackel. Der sowieso. Der da. Da, da, da. Okay, der kann leider nicht mehr weg, äh, da muss ich, ne, komm, hier. Dann bist das du. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Dann hier oben die Kanten. Zack. Du, du, du und du. Dann heißt es du, du und du. So, ich bin gerade ein bisschen am gucken. Passt das? Eigentlich müsste ich den auch noch weg machen, ne? Ja, 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 genau. Der muss weg. Ja, wie gesagt, ich will ja immer diagonal mindestens zwei haben. So, das passt. So, das passt. Also, der und der, das ist in Ordnung. Dann muss der noch weg. Dann können wir hier wieder eine Fackel hinhauen. So, okay, also der, der, der und der. Passt der, ja, ja, der passt noch. Dann kommt der noch weg. Und der. Also, der und der. Zack. Zack, 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 zack und zack. Also, der und der. Unten, 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 oben, oben. Okay. Dann können wir hier mal gucken. Das scheint völlig in Ordnung zu sein. Wenn ich die da rausnehme. Den da kann ich rausnehmen, den da kann ich rausnehmen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, da geht es wirklich eigentlich nur außen rum. So, wir laufen mal ein bisschen zurück und schauen mal, ob wir noch irgendwo Ecken finden, die nicht ganz, die da zum Beispiel. Die da. Und die da. So. Da haben wir jetzt zwei. Also, eigentlich muss ich nur bei jeder von der gucken. Ja, ja, jetzt passt's. Okay. War ja auch eine schwere Geburt. Okay. So. Dann würde ich mal gerne wissen wollen. Okay, das ist alles in Ordnung. Du kannst weg und du kannst weg. So. Sich nach oben graben ist halt auch nicht so trivial. Den da will ich eigentlich den da. Eigentlich den da. Und den da und den da. So. Das heißt, der und der. Jetzt bin ich gerade kurz ein bisschen erschrocken. Also, das kann gut sein, dass da jetzt noch gleich irgendwas reinläuft, was ich so nicht haben möchte. Wir machen hier mal den Spaß weg. Dann machen wir hier mal den Platz weg. Okay. Okay. Also, hier haben wir quasi jetzt wirklich einen Wasserfall. Also, einen Lavafall. Da müssen wir mal wirklich gucken. Ich würde mal den da nehmen. Dann kann der jetzt weg. Dann würde ich nochmal den da nehmen. Dann kann der da jetzt weg. Okay. Den würde ich wegnehmen und den würde ich wegnehmen. Ich muss jetzt halt wirklich gut aufpassen. Also, eigentlich will ich jetzt erstmal den wegnehmen. Ja.